Willkommen bei OpenSUSE Screencast. Heute möchte ich euch nur mal kurz einen kleinen Tipp zeigen, der nicht wirklich was mit OpenSUSE zu tun hat, sondern ziemlich nützlich nur ist, weil ich mal gefragt wurde von einem Freund, wie denn das zu machen sei. Und zwar geht es darum, wie man herausfindet, wann die letzte Seite, die man gerade im Internet, Explorer, Firefox, Opera, wann auch immer das letzte Mal offen hatte, also das letzte Mal aktualisiert wurde. Dazu könnt ihr es ohne JavaScript, also ein Kollege sozusagen von mir, das 225, wo ist er jetzt hier, das 225, 0, hat er gezeigt, wie es mit JavaScript geht, weil in manchen Browsern ist es halt deaktiviert. Deswegen könnt ihr es ganz einfach auch ohne JavaScript machen, indem ihr Rechtsklick macht, Seiteninformationen anzeigen, dann seht ihr hier modifiziert, Dienstag, 30. März, 14.41 Uhr. Noch weitere Informationen, Größe, Codierung, Typ und Adresse und sowas, das ist jetzt Firefox, deswegen. So könnt ihr es ganz schnell herausfinden ohne JavaScript, vielleicht ganz hilfreich für die einen oder anderen. Wie gesagt, das ist einfach nur ein kleiner Tipp, geht speziell an den Freund von mir, aber für die anderen könnt ihr auch eventuell hilfreich.